Session, Konstantin Pinkel gerade, und jetzt Alder, das Wichtigste, unser Omen für heute. Oh mein Gott, sick. Dich hat jemand gebissen. Ich war viel zu nah dran. Du Spass, Alter. Schau, machen wir hier Wallride. Wir machen nur noch der Chavez. Dann fahrt zurück Pfeife und dann Olli zu Huren. Der Wall ist zur Seite, ja? Du schaust! Du schaust! Du schaust! Aaaaaah. Oh man, du hast mir die Körperausdacht getreten. So wie am Handy, reden da mit seiner Mutter. So Session geht weiter. Der Freddy exiziert den Baum da. Den Baum, okay. Baum, Stamm, Baum, Baum. Oh, das war nicht so gut. Wie Rimm? Heifestür Rimm, Heifestür Rimm. Das war nicht so gut. Du bist so safe wie ein Arschloch. Du kannst diesen Tricks machen. Steht ihr ihn? Ja, der passt perfekt hier. Okay, der passt perfekt hier. Kann ich ihm was sagen, was ihn jetzt motiviert? Jetzt geht es ab! Ab die Pfar. Riff ist sauber und gut. Probier mal die andere Seite. Das wird die dahinteren Seite. Auf geht's. Nein! 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 Das ist ein Krieg. Das ist wahrscheinlich nicht das.